Wenn man auf den Dating-Apps nichts findet, muss man halt im realen Leben suchen. Smash or pass, let's go! Jetzt, da das alles gebrochen ist, Bock zu picken? Ah, okay, warte, bevor du dein Etikett schaust raus. Da steht einfach drauf, made in heaven. Oh, mein Süß! Ach, scheiße, jetzt habe ich mein Handy vergessen. Könnte ich vielleicht deins benutzen? Weil ich habe meiner Mutter gesagt, wenn ich meine Traumfrau finde, rufe ich sie an. Oh, let's go! Er geht gleich auf die Mutter. Hast du einen Gehfehler? Weil wir nicht miteinander gehen. Boah, ich habe mich mit dem Fuß gebrochen, ich habe echt einen Gehfehler. Pfff! 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 Pff!